Ja, der Schmierkrist, ist oft get an der Welt kaum genannt, er ist einfach und klein und nicht bekannt. Am halben Kreis, ma von Essen ist wisst, gebet nicht den Aale Christ. Viel ihr schaß hin durch den Dörfer gezogen, den Boden am Auto hat sich bald geboren, und der Lett macht nicht die Sache versorgt, und monischer Ehm alten Daler geborscht. Rommelde so im Bezneulen und für den Krieg auch und zu Boden, mit allem hat hin sein Worn belohnen. La Kritschuhremen und Maschentrot, wurschte Gewürz und ein Neihort für den Mut. Der Gott kennt ein Neihkischemesser gebrochen, den Peter in Gäse für den Ochsen zu stochen. Der schwarze Tobak darf dem Peter nicht fehlen, wofür kennt dann, den Christ zu sälen? In Hanni wollt Christ auch so sehr an der Mass, du hast ihm die letzte Schuhremen gerast. Wenn du malst, der Christ nicht komm über Land, in Hanni wär Ostern noch mal ohne Schuhremen gerannt. Ein Besen für den Hof zu kehren, ein Warnschmeer für die Räder zu schmieren, früher gufft der Stufe mit Schmeer selbst gebutzt, den Staubsauger hat man noch nicht benutzt. Dafür hat der Christ nicht bloß rummeln sollen, ihn hat auch alle die Schuhre gekriegt. Dort hat wohin überall bekannt, und gufft von allen die Schmeerkrist genannt. Mäten darf ins in der Freilie hin, Sänger der vergetet noch mich, Holzen brems allein und ich da noch ein Brick, für viel hat wohin ein Stück Lebensglück. Bei so viel schien Sachen, als in dem Warn, konnte sogar der Gott und der Peter noch kommen. Der Christ hat für sich sogar ohne Geld den Nachrichten aus der großen Welt. Früher muss dir bedingen, dir lebt, hat nicht jeder einen ein Auto, wie er hat. Du gufft der Frühstück mit der Sehns geschnieden und nicht allnüßelang an der Staat gerieden. Da guckt man höchstens auf Niklasmord einmal am Jahr und der Rest hat der Christbrust, da hat er es doch klar. Hin hat's wer für die Buchsen zu flicken und wohl für gut Wormström zu stricken. Ohne die Schmeerkrist dieten da bestimmt noch auf die Kufsäge schlaufen und war bis durch die Geh entlaufen. Kein Mensch hat Karpus an Gott gesagt, hätte hin nicht so gute Sagen gehabt. Ich könnte euch noch vieles, Laurivason, auch für eis Bildung hat er viel getan. Ohne die Christ hätte mir ja keine Tafel gekriegt, noch nicht einmal ein Griffel, wie ihr seht. In Dielen daub und Gummi verflitschen zu machen, beim Christ goet immer die Nidigstsachen. Der konnte ihn auch die Bauern erklärt, wie man am besten mit der Steier gewährt. Auch da die Kriegsauswehr hat ihn hinein gesagt, der Schmeerkrist war an allem obtrott. Immer war er hier gern gesehen, Matzen an der Nucht um eins, um zehn. Guten Tag, Anna, was hast du umpiedeln? Damit ich geht es wirklich kniedeln, darf hier, hier hat mir der Christ gleich sein, kennt euch auch eine Portion vertrauen. Du kannst ruhig bleiben. Wir haben da genug und auch noch ein paar Liter Fies am Kroch. Der Christ hat sich da nicht lang geziert und den Fies und den Kniedel kräftig probiert. Wo musst du den Rest an der Pansching braten, an dem halben Punt Rama, die dich dir raten. Die Speck und die Butter kannst du dir ja verkaufen, für das Geld bringen ich Pulver für die Wege zu säfen. Der Bosen hat den Christ noch die Mette getroffen, die kam ganz geknickt vom Flügelauf. Der halle Frust hat den Sturm erst geknickt, man darf nicht drinnen denken, sonst geht man verrückt. Komm, so der Christ, lass die Ohren nicht hinken, weil die mir zwingt, bis ein Bärchen trinken. Wenn Peter neben den Thronen ging die Sau kaputt, du hatten sie gleich drei Mann flott. Der Christ hat sich mit der Kortnäs abgemuntert, gereizt, getrickt, getrumpft und gekuntert. Und wo er hin vom Fischen am Kap ganz trischen, da ging hin ganz einfach ein paar Ständsche Fischen. So muss er hinweg tristen und beruhigen sein Lett. Du gehst noch kein Psychiater wie Het, Lett und Kummer war genug auf der Welt. Und dabei hat man noch kein Geld. Den Doktor guckt nicht für alles gefragt. Mit vielen Krankheiten hat man sich selber geplacht. Die Schmierkrist hat sicher ein Saal für mich, hoffentlich kennt man ihn auch nicht gleich. Und hat es kann sein Bezelschie wie, dann hat er auch noch Fenschel-Tee. Er hat immer ein Rott für jeden, vielleicht hat er auch alten Hevern vertreten. Ein Leben lang ist er durch die Gräse gerieden und war überall bei der Lett gut gelieden. Und hinten hat Deck durch das Dorf geschlacht und sagt ganz einfach ein guten Dach. Dann denke mir mit heimlichem Neid, was war mir so zufrieden an der Allerzeit. Und dann habe ich das noch zufrieden. Dann müssen wir mit Hồnbeid her liefern, IA-WU-N-DIN-Indien,